Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Foto-Ausforderung. Wenn du dich fragst, wie das diese Woche geht, dann zeige ich dir das jetzt. Und dazu nehme ich den Nissan Silvia KS Aero von 1998. Dann porten wir uns zu dem Spielerhaus Casabella. Das ist ein Mulege hier auf dem Dirtweg. Dann fahrt er hier auf den Vorplatz. Ganz wichtig, ihr müsst jetzt dazu anhalten. Dann geht ihr in den Foto-Modus mit Y in die Effekte etwas weiter. Da unten habt ihr Charakter und da könnt ihr auswählen, wo er ist. Und da nehmt ihr dann linke Seite und drückt ab. Und damit habt ihr die Aufgabe abgeschlossen. Wenn dir das Video geholfen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn du mich belohnen willst, lasst gerne ein Abo da. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.